So, das müsste dann wieder das Team Maximum aus Georgsweiler sein, der Joker auf MF 45. So, das ist die Klasse. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl, es wird Starter gemeldet, nur ein Versuch pro Teilnehmer, den Konto zu erreichen. Der Joker vom Team Maximum, noch geht's vorwärts. Aber noch fehlen auch gute 5 Meter hier, um dem Silberpfeil ins Finale zu folgen und das wird nicht reichen. Der MFL 50 vom Team Maximum aus Georgsweiler.